Red Guard, warum nimmst du denn so bekackte Karten? Achso, herzlich willkommen zu einer neuen Runde im Wurf gegen die Welt. Red Guard, das sind bekackte Karten. Gummiku braucht er nicht einladen, der spielt an sich rum. Naja, Cash ist okay. Da verlieren wir eh. Nein. So ne Kacke, echt. Ich hab noch nie erlebt, dass ein komplettes Team sagt, nö, machen wir nicht. Wir gehen alle raus und nehmen halt lieber die Strafzeit in Kauf, anstatt dass wir runtergestuft werden. Da gibt's ja richtige übliche Strafzeiten mitunter, ne? 7 Tage und so. Ja. Wochen, Monate. Gibt's Wochen? Ja, Wochen gibt's. Da hab ich keine Ahnung. Also diese Tage ist ja auf jeden Fall schon hart. Ach, hier war ja schon ein, ein Groupie. Das haben wir vorbeigelaufen. Okay, die Hellsten sind das auch wieder nicht. Ich bin die gleichen Dinge. Ich bin die gleichen weniger. Ich bin die gleichen weniger. Also wenn ihr mal gegen RW spielen solltet, ähm, meine lieben Zuschauer, dann habt Spaß mit denen. Beilt euch, ich bin schnell direkt. Ja. Boom. Oh, ich konnte mich nicht entscheiden, da waren zu viele. Nein. Taktik, ähm, ja, Taktik ist, ist ne gute Sache, find ich. Ach, scheiß, ich wollte eigentlich ne Nate kaufen. Ähm, ich wär für B. Oder über Mitte. Über Mitte, über deren Spawn. Hat jemand ne Nate für die Mitte? Nee. Brauchgranate. Ja, los, rüber, rüber, rüber. Keine Arbeit. Geiß. Oh. Da ist von einer linke Seite. Ah, harte. Ach, du bist doch einfach. Ach, ich geh noch besser. Ah, ich mich nicht. Los, drauf da, wer ist denn hier? Der Gelbe. Los, Matten. Da rechts noch einer. Ach, schade. Konnte auch nix werden, ich hab nicht einen gekriegt. Ich zweie. Nein, fing ja schon beschissen an. Okay, los, nochmal auf B jetzt. Oder wollt ihr lieber A? Oh, die haben Bot, die haben Bot. Schnell zu B. Immer dann B. Gleich drauflegen. Ja, ja. Wir hatten die Bombe, du Redcut, ne? Ohne nach, ohne nachdenken, ohne nachdenken. Wirklich drauf. Ja, so wie immer. Ja, das Ganze gut. Gut, deswegen hab ich auch gesagt. Ja, meister. Oh, es lente. Oh. Liegt das Ding? Ja, liegt. Oh, shit. Ja. Ja. Egal, du hast gelegt, das ist gut. Da haben wir Kohle. Dann können wir ab jetzt abstauben. Also, die sind nicht gut. Die sind wirklich nicht gut. Ich glaube, die können wir richtig geil wegfischen. So hoch. In meinem Fall einer Scout. Was hat einer? Der Scout hat er einer, eben. Okay, lasst langsam. Hillbilly und Redcut gehen nach links. Virus und ich machen die Mitte. Madden deckt einfach nur mal A ab. Ob irgendwelche Russia kommen. Durch den Hangar. Und, äh, boost mich, bitte. Danke. Erstmal gucken, ob irgendwo was zu fischen ist. Jo, da ist schon einer. Den sehe ich gerade. Da ist noch einer. Ein Raucher. Die liegt letztendlich. Ja, rechte Seite. Da, wo der Blutfleck ist. Sehe ich nicht. Oh, fuck. Am Wind war der. Ihr sollt ja nicht vorpreschen. Ihr sollt ja nur erstmal holen. Ich brauche Hilfe, Virus. Ja, ja. Da ist noch einer, äh, geradeaus in der Mitte. Ja. Okay, wollen wir, wollen wir über einen Vent? Komm mal. Könnte aber noch einer hier links sein. Ich weiß aber auch nicht, wo der hin ist, ey. Von der B-Gang, wenn es sein. Oh, zwei, drei. Okay. Vent, room, vent, room. Ja. Wir kommen, genau. Okay, der letzte Vent, room. Komm mal schnell. Ja, der war da jetzt nicht wirklich drinnen. Der kommt wahrscheinlich links, Martin. Links, links, links. Mein schönes Zivier. Oh, ich bin Glantin. Flashbank. Sehr offensiv, Mann. Das muss nicht so sein. Bleib locker. Das ist auch mir der Richtige. Ja, stimmt. Das hilft er echt. Jetzt räum mit seinem Eingang. Das ist zu viel. Schnell weg. Nee, die geht nicht mehr hoch. Ah. Alle arm. Ich mach gern Tür, wenn ihr wollt. Oder will jemand anderes. Ich dräng mich da nicht auf. Geht, Tür. Komm mit, Tür. Du gehst mit, Tür. Okay, drei. Drei Hangar. Zwei Türen. Oha. Gott, Gott. Das ist besser wie ich. Das kann nicht sein. Lauter oder leiser? Der hat ja auch schon mal eine Bombe gelegt. Schnell. Schnell. Wir müssen die kaputt pushen. Okay, einer ist links auf jeden Fall am Gabelstapler. Redguard, Achtung. Okay. Auto. Oha, gut. Okay. Und drauf, drauf, drauf. 10 HP. Von hinten. Oh. Ähm, Tür kommt, einer. Ah, der hat ihn hier, oh Scheiße. Auto ist technisch zu einer, ja. Der letzte im Auto, ja. Der Terrorist. Oh. Virus, ey. Zwei mit Kopfschuss, du bist ja hart. Alter. Der im Auto, der hat es vielleicht geklappt. Aber hallo. Dem hast du richtig, alter. Mitte Smoken, bitte. Naja. Ich habe AWP. Und Mitte durch. Außer, die vorgedeckt checkt. Der Terrorist. Willst du hochpushen? Piggel, bitte. Nee, nee. Oh, Scheiße. Da drin ist noch einer, danke. Mann, Alter, du hast mir zwei Assets beschert. Danke dir. Willkommen, Sir. Jo. Hey, Billy hat schon einen. I'm planting the bomb. Bomb has been planted. Hangar, kommt doch. Jo. Hangar, steps. Jo. Redguard. Der kommt gleich auf deine Seite. Bisschen weiter nach. Ja, tschüss. Kein einzigen Xen. Du musst echt mal deine Maus wechseln, ey. Diese schnurrlose Maus, ey, die reagiert nicht. Hast du auch schnurrlose Tastatur? Ja. Ach, schmeiß den Scheiß weg, echt. Das war aus Meusten. Ja. Warum? Ne DDR-Maus bringt es aber nicht. Nochmal Mitte wegsmoken. Krieg ich einen Push. Hier, Billy, äh, Virusmaß unten, ne? Ich brauch einen Push oben. Ja, ja. Von mir aus kann noch jemand mitpushen, also so ist es nicht. Der Zug auch. Ja, ist gut. Auf hinten aufpassen. Mhm. Baut zu B. Virusgucktab. Jetzt die Smoke weg. Okay, ich glaub, die werden ein bisschen, ein bisschen sitzen. Ja, äh, opf. Kommt, bei A. Ja, A. Ah, rechts, ja. Drei. B auf. Eine bei A. Okay, dann geh ich B. Ich bin schon auf, äh, B-Vent, wenn ich gerade. Ja, ich schlokse ab auf A, äh, links ab auf A. So, kse. Ne, mit ersetzen. Ich schau auf A. Einer raus. Kommt noch einer vom C-Spawn. Ja. C-T-Spawn kommt einer. Da bin ich. Ha. Alter, die müssen aber auch gerade kotzen, oder? Das ist wirklich mal krasse Dominanz. Aber, aber cool bleiben, cool bleiben. Wir haben das schon verkackt, solche Sachen. Wieder die Mitte kaputt rauchen. Mhm. Und diesmal gehen wir über die Mitte. Kaputt rauchen. Ja, kaputt rauchen. So richtig, bis der Kopf tot ist. Ha. Und ich smoke diesmal ein bisschen weiter rechts. Sehr schön. Sehr schön. Los, alle hier übers Dach. Bolleck. Bolleck. So, jetzt hingehen die Reise. Ja, zur A, zur A, zur A. Das Wallhack, Alex. Mh, mh. Schieb, schieb doch, ey. So, Glück gehabt. Ich wollte den Wallhack. Ich hab auch nie rausgehalten. Zum Wallhack. Nochmal, nochmal kaputt smoken. Throw his box. Throw his box. Oh, ich hab die Bombe. Grenade! Mitte. Mitte zwei. Nicht mehr hinten. Oh, fuck. Drückbleiben. Stick together, Team. Geh mal B. Mh. Boah, Leck, Alter. Mein kleiner Pitbull. Pass auf den Schacht auf, Redcut. Das ist deine Aufgabe. Ah, da ist einer. Schacht. Oh, Alter. Ist zurück. Na, holt er sich die Awe? Keiner will die Awe? Ja, doch. Einer will die Awe. Boah, jetzt nochmal ein bisschen langsamer. Jo. Nicht sofort smoken. Erstmal kurz warten hinten. Wir sollten die Mitte trotzdem kaputt smoken und uns auf Einwerteidig zuwege... Später. Wie? Später. Aber erstmal mal ein bisschen warten. Meinst du, die kommen? Mh. Okay, dann decke ich ab hier. Also B. Dann zocken wir, wann ich werfen soll. B ist gedeckt. Ja, Madden macht Taktik. Ist alles gut. Dichst du ein Stückchen Richtung A? Ah, bei. Ja. Bei 30 werfen wir rüber. Dann? Und dann rennen wir zu B. Dafür ist die Bombe aber ganz schön weit bei A. Ja. Ja, nee. Wir rennen zu B. Lass die Bombe doch ruhig bei A. Achso. Ich hab ihn nur abgedeckt. Pass auf die Kiste auf. Miros. Mensch. Lass dich auf. Kommen. Ich hörst du hinten am CT spawnen laufen. Bombe legen. Ja. Scheiße, da kommt einer Mitte. Danke. Da kommt noch einer hier. Sehr schön. Vend ist offen. Da kommt noch einer, oder? Beim Vend? Da ist noch einer. Ah, nee. Der kommt hinten über Mitte. CT spawnen. Yo, CT Arbe. Holt meine Arbe zurück. Holt zurück. Made in Primi nicht haben. Los, einfach alle bratzend rumlaufen. Nein. Komm, hol den. Yeah. Gott meine Arbe. Die dürfen nicht unsere Waffen haben. Das geht nicht. Hab ich eigentlich das schon gepostet? Nein. Was ist mit dir? Spock! Spock! Oh, der Tacker. Mein Deadlift war... Ja, ja, ich weiß. Oh, mit der ist einer. An den Säcken, oder? Dann geht mal A enttäuschen. Rennt mal alle zu A und legt mal bei A die Bombe. Ja, ich trampe schon. Also, nee. Rennt mal drauf auf den Spot, so dass die alle kommen. Der hat nichts mehr, in der Mitte. Leise sein! AWP steht Richtung CT-Spomb, glaube ich. Ja. Und hat mich. Ach! Soll ich in den Hangar. Leg dich nicht mehr da an. Da hast du keine Angst. Die Bombe. Oh, das hat geplant. Ah! Ein Erbe mir, du! Nein! Ah! Nein! Wie lange dauert es, bis es checken, dass hier die Bombe liegt? Jetzt gerade. Nein! Nein! Nimm den Autopacker mit! Die Bombe ist stecken da. Alex, den Autopacker. Ja, die geht jetzt noch hoch, oder? Na, Schein gehabt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich noch hinkomme. War geil, wa? Kann man mal machen! Achso, habe ich das schon gepostet? Ja! Ich steckte direkt bis Ahlfeld. Ja! Du, Arm hoch! Krieg ich noch mal einen roten? Ja, einen noch? Einen roten? Ja, rote Kronel. Danke. Okay, ja. Keiner, irgendwie. Es sind ja Pussis, wo mit denen los? Über B kommst du! Grenade! Bitch, gerade einer. Zur Mitte. Kann A. A ist weg. Ja. A ist, äh... Boah, der ist in der Mitte! Und die Bombe liegt. Du hast die Bombe verloren. So weiter? Nein! Immer noch Mitte, Hangar! Jetzt rüber! Ja, nix mehr! Eine Nade! Ey, wie dumm ist ja, dass er auch noch reinläuft! Und wieder zurückläuft! Spacken! Ich lockte sie auf die Bombe, ey! Ja, vielleicht wollte er, sie brüten! Team Useless, hier! Aber wir sind schon wieder zu überheblich, ey! Mhm, Redguard zückt mich! Echt, Redguard, hör auf mit der Scheiße! Bitte! Ich will auch mal gewinnen! Das kennst du nicht, ne? Ne! Wir auch nicht mit dir! Ohohohohoho! Mit der Rushed! Oh, doch nicht mehr! Doch nicht mehr! Na gut! Be Smoke! Boah! Alter! das steht dann hinter der ecke von der tür nicht durch die wand halten und da kommt noch einer ist direkt drauf am roten kontaktiert ist eine und einer zettel und einer rechts ist Ja, 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 das war der Falsche, na toi, WP muss gleich kommen, Auto. Ja, 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 tut mir leid. Geht ja gar nicht. Ja, 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 oh Gott, ich hab voll wenig Kohle, wir hatten hier dick Stecken. Eigentlich doch, hey, Madden, Madden, doch nicht so eine Scheiße. Ach ja, hier, komm, warte. Du musst ja schon die Akon. Ah, siehst du, er kennt mich schon zu gut, er kennt mich schon zu gut. Ah, die nehm ich. Alter! Ah, jetzt hab ich schon nix, alles klar. Ich glaub ich, ich kauf mir alles neu. Ich kauf mir alles neu. Home-Cinema-System. Mitte. Schüttig. Da liegt doch die Bombe auf. Alter, der hochkommt, der. Okay. A ist sauber. Mist, Mitte hat mich. Mitte letzter. Auf Red Guard, deine auch. Lass mich noch legen, ich brauch noch ein bisschen Cash. Das war teuer, die letzte Runde. Links Red Guard. Mitte, ne. Oder ist er überhangen? Alter, er schießt einfach. Einfach Pre-Fire. Schnell, da ist er. Mitte. Sauber. Perfekt. Madden hat in dieser Runde zwei Waffen gespendet. Madden. Das ist nett, dass sowas gezeigt wird. Ja, richtig. Spind du sei ein Trilala. Wieso netter Calvin? Ja, extrem. Ist er noch ein Spind oder? Los, alle nochmal B jetzt, ganz schnell. Wir sind Spacken. Ich bin vorne, ich schmeiß ne Flash und sobald die hochgeht drauf. Aber nicht drauf gehen. Ich spreng mich selber nicht. Und los geht's. Okay, leg das Ei. Leg das Ei, leg das Ei. Kommen. Tick. Einer kommt von oben, Achtung. Ich bin so flasher in den Dombien. Ich bin so flasher in den Dombien. Ich bin so flasher in den Dombien. Hey, weiter unten. Schöne Hilly. Kann man jetzt noch rechts Hilly? Na, geht hoch. Sehr gut. Alter, wie der Hilly abgeht, hä? Das ist unsere Nacht, Jums. Na, schalzi. Hey, Virus. Redguard hat genug Geld. Letzte Runde, Redguard. Los, alles kaufen. Gib mir mal was. Willst du ein AWP? Ich will doch keine Negge. Nee, ich möchte eigentlich ne Gesch... Redguard. Ah, danke. Redguard reagiert nicht, ne? Das sind diese geizigen Ossis. Obst du hier aufzut. Zehntausend Tacken, aber ey. Ich muss noch mal sparen für schlechte Zeiten. Siehste, hat nichts gebracht. Was ich holen lassen. Ja. Können wir nicht einfach rein stürmen? Mach doch. Wir haben noch Zeit, einer ist auf dem Spot. Ja. Boah, du Dreckengstarr. Ist auch meine Scheißwaffe. Oh, ist auch voll, ne? Guck mal, jetzt schmeißen wir einen raus, damit sie, äh, rausgehen können. Nee, geht ja, geht nicht. Geht doch nicht. Dann musst du auch allein verlassen. Vielleicht habt ihr einen Spawn. Echt? Rausschmeißen, zehn nicht. Nein. Schnell, Waffen wegschmeißen, das ist uncool. Hebe die, ja. Oh, Gott sei Dank, ey. Ah, ich hab sie sogar abgelegt. Oh, Mann. Aber Hulskiste abgelegt. Was? Nochmal bitte. Mach nochmal auf Deutsch. Ja, was? 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 Was, du hast Putin gefickt? Was? Nee, ist ja schon zu Ende. Du brauchst jetzt nicht überheblich werden, Redguard. Das geht nicht. Äh, Virus. Mach, äh. Machst du mit, äh, also hier. Granate werfen? Hab, hab noch, hab noch Geld. Geld. Ich komm mit zum Modding. Da fühl ich mich sicher. Komm, A, oder? Auch nix. Doch, die rennt schon. Sie werden spawnen. Komm, Hangar. Ja, Tür, Tür, Tür. Alle? Äh. Nimm A. Oh, nach Land. Oh, das wird zu Ende. Ja, wollten mich besser. Tür. Oh. Oh nein, noch drauf. Auf dem Spot hinten im blöden Eck, der letzte. Äh, was? Im Schockse. Geh zusammen hin. Okay, schnell defen. Achso, du defst. Wo ist das Ding? Hä? Bin ich hier? Bin ich hier? Unter der Leiche, unter der Leiche. Bin ich hier? Hab's nicht gesehen. Da, wo es blinkt. Ja, guck mal, in seinem Arsch. Der hat eine Anal-Sonde. Verblinkt überall. Ja, was für Pillen hast du genommen, das sind beide Link. Oh, ja, ruhig. Ich kann. Ah. So. Noch eine. Nase geputzt. Jetzt kann ich wieder. Hier, wirf bitte mal einer, der mit zur A geht. Eine Nate in der Mitte. Wenn sie da kommen. Hilbilly, machst du das? Geh nicht zur A, aber Gott. Achso. Ich höre es wie der Hangar, glaube ich. Tür. Ja, Tür. Hangar auch. Da war er, nein. Bommel liegt. Noob-Ecke. Wo ist denn die Noob-Ecke? Am Gabelstapler auf jeden Fall noch einer. Scheiße, der Noob hat mich. Ja, dann Gabelstapler und Noob-Ecke. Oh. Oh, Alter. Liegt. Am Auto. Am Auto und dann. Schade. Schade. Ja, das ist das Richtigste, ne? Ja, nicht fürs Team. Hauptsache, ich bin so ein bisschen im Start. Das ist richtig. Ja, wenn die zwei Wumpe kommen. Ich höre mir auch eine Wumpe. Wumpe. Let's kill people. Wumpe. Ich glaube nicht, dass jetzt nochmal A kommt. Die Mitte geht was. Oh, B auch. B auch. Ja, die kommen glaube ich später. Ja, A ist auch einer. Wichtig ist, dass die Bombe irgendwo gesicht ist. Nein. Wenn nicht, lass ich kommen. Ja. Mitte hat mich. Im Wendraum, ich auch. Mitte zwei. Oh, die haben mich voll troffen. Redcut, die sind schon Mitte. Oh, die kommen zu mir. Von CD-Spawn. Oben. Wenn schafft. Oh nein. Oh, scheiße. Wo war der denn? Redguard. Bratzen, bis oben dein Hammer auftaucht. Ja, nicht zwischendurch aufhören, sondern tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat direkt auf den Kopf ansetzen, sondern setz tiefer an. Wenn du dann nämlich pratzt, dann geht die Waffe automatisch hoch. In meinem Bauch. Der hätte tot sein müssen. Let's move out. Jetzt geht's nämlich wieder los mit dem Verkacken und unserer Überheblichkeit. Mhm. Komm, Mitte. Jo, Mitte. Alle Mitte. Vent. Ach, ja. Ich ging glaube ich wieder über CT. Ja, ich warte ja. Röttger, die sind Mitte schon durch. Ich geb Gas. Benutz bitte die Karte. Kam an, ja, übers Auto. Zwei am Auto rum. Ja, im Auto. Nix. Du hast alles gegeben hier, Billy. Du darfst sterben. Ah, der ist zu spät. Gut. Und jetzt wieder Arsch sitzen. Redguard, welche Pose hast du? A. Machen wir mal bitte B. Mit wem, mit wem, ähm, bist du, bist du, auf, ne, wer ist B? Wer ist B? Hilbilly, ne? Ja, oder ich. Ja, dann geht mal Hilbilly bitte mit A. Ich glaube, das ist eine sinnvollere Verschiebung. Mitte hat sich schon einer gezeigt. Ich geh weg diesmal. Sure Steps, Virus. Fire in the hole. Jo, ich komm zu euch. Da knallt ganz schön viel auf B. Ist einer von euch oben? Nein. Sind die Granaten noch? Alter, das sind alle, glaube ich. Vendrum? Ja, da kommen alle. Böhm liegt hier. Wendrum nicht vergessen. Awe, Awe rechts. Am Eingang. Dann gespawne. Ja. Ja. Zwei. Zwei. Awe. 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 Ja. Hm. Saven. Soweit kann ich nicht. Ist ganz einfach. Du bist so A und haust dich oben in die Ecke. Du willst wenigstens noch die Awe-Type holen, wa? Du willst dich wenigstens noch von der Awe-Type holen lassen. Shit, ey. Aber Posi war so gut, eigentlich. Ah, wenigstens gescheite Waffe wieder. Oh Mann, das gibt's doch gar nicht. Ich hab mich nur eine Sekunde Zeit... Ach, fliegt euch. Mitte, alle. Wend aufpassen. Autsch. Jo, die ging nach hinten weg, die Granate. Schön hier, Billy. Wo liegt die Bombe? Mitte noch. Mitte. Mitte zu A. Da kommt's. Mit der CT2-3. Gen B. Vier alle. Ach, shit. Redguard, pushen. Ja, ja. Hier, Billy, gib dir. Der kommt. Der kommt. Alter, warte, Uppe. Ich brauche eure Nades mit in der Mitte. Echt, mit einer Nade. Du musst einfach nur nicht gucken. Nee, ich muss auf die andere Position da. Beide können ich mit schmeißen. Oh, fuck, nee. Ich habe nur einen Rauch. Ja, ich kann nicht mehr. Muss ja wirklich so fahren. Wenn du auf Arm auspasst hast, dann gehst du hier ein bisschen lang, schmeiß sie mit rein. Grenade aus! Grenade aus! Deploying Flashbang. Okay, sie rennen in der Mitte. Ich habe ja auch jede Menge Flash. Oh ja, oh ja. Jo, sind mir das zu zweit? Nee, sind vier. Guck mal auf die Karte. Mhm. Ah, nicht hoch. Äh, hinten Ventroom zwei. Ja. Einer links, einer rechts. Fuck. Nur auf 19 Schuss. Einer kommt. Einer am Spot. Hm. Hinten am Generator. Oh, ich habe nur fünf Schuss. Letzter auf dem Spot. Mann, du kannst hochgehen. Oh. Oh. Schön. Schön, 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 Jungs. Nimm mal nicht ne Möhren im Sinne. Nein, zu spät. Ich hätte bessere Waffen mitnehmen müssen. Was denn? Hey, Billy, du wirst wieder mit? Hm. Super. Kommt, ey, noch zwei Runden für ein Unentschieden. Das wird ja wohl noch drin sein. Was für ein Unentschieden? Ja, für ein Unentschieden und drei Runden für den Sieg. Du bist ein oller Pessimist. Das ist ja ganz ätzend. Danke, Billy. Boah. Ja. Mitte rennt was. B. Wieder nix hier. Scheiß Posi. Wenn ich da bin, dann kommt nix. Ventroom. Einer besitzt. Ach, genau. Nix. Einer Ventroom noch. Auf jeden Fall. Kommt gerade raus. Zwei Vent. Zwei Vent. Alleine hier, Billy. Noch 50. Jawohl. Nur noch der aufm Spot. Schnell. Linke Seite. Wo ist der hin? Der ist weggelaufen. Ne, der schlägt mir die Piste rum. Links, rechts. Oh, fuck. Links, rechts. Links, rechts. Ich hab einmal kurz nen Fuß gesehen, aber ich dachte ich hätte mich verguckt. Verdammt. Was? Geld sieht schlecht aus, ne? Ja, wir müssen sparen. Ja. Oh, ding. Till, Billy. Hier, ne Sparrunde. Wir rennen alle über die Mitte. Mhm. Hier liegt vorne weg. Der hat die größte Gewamme. Na nix zu heiße. Stimmt. Oh, wer wirft'n die jetzt? Rennen A. Los, hinterher, hinterher. Ach, jetzt rennen sie A. Ja. Ja. Voll in den Schädel. Ach, ich schieß auf deinen, ich schieß auf deinen. Was? Ich hab' keinen getroffen. Du hast Hillbilly, du hast Hillbilly doch getroffen. Nee, stand nix im Chat. Okay. Schade. Alter, werden mir da eben voll einen in den Hinterkopf gehauen. Also ich hab' auf jeden Fall hier, wie man sieht, Virus einen in den Hinterkopf gehauen. Ich hab' keinen einzigen getroffen. Nö. So, jetzt wieder Posi spielen. Posi spielen und cool bleiben. Cool bleiben. Let's go, let's go! Grenade out! Warte. Stopp. Wem alle so flamen müssen. Die pushen schon wieder. Wo? In der Mitte. Hangar, einer weg. Tür, 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 Tür! T-90. T-90. T-A, T-A. Hier schnell mit in der Mitte. In der Mitte steht noch einer. Der kommt jetzt Hangar rein. St chegackern. Hör mal hier. Wann? Wann? Wann, Alter! Krasse Aktion! da war der netz-code mal gut der code war gut oh man, das war so klar, dass es wieder okay, optimistisch denken dat wird was immer, immer optimistisch alter, du musst lernen, tiefer zu werfen B ist die Bombe, im Gang weitergang ah shit, nehm ich noch vent rum, ah, hab ich aufm spot wo aufm spot, ach da scheiße zweimal aufm spot lieber cd ja, jetzt gleich nach rechts ich muss ja diesmal checkt haben einer noch, einer noch aufm spot spiel matten soll ich nochmal überheblich sein wo ist mein HE-Typ, jetzt wirft er gar nicht mehr, wa? schmecken direkt noch also ich war die letzte Granate in der Mitte alle in der Mitte, die warten die warten, die warten also B kann, kann sich vorkämpfen hier ist schon das Ding aufgegangen der Schachter abgegangen ja, ja Bombe liegt mitte kratz ah, Schacht ist ungedeckt haben wir noch mitte? durch den Rauch, ist klar hier in den CT alter matten du krasses sehr schön einer noch ich poste nochmal ein bisschen den Kanal in der Zeit Müsst von CT eigentlich kommen weil zwei CTs sind übermitte mattenbratz mal hier rechts durch ich bin drauf, aufm spot hinten beim rechten oh nice work, everyone oh, schon wurde in die Kiste gekriegt alter schöne Farmers, Madden aber ist bloß ein Winter Madden, empfehlen achso gg ja Madden, empfehlen scheiße, muss ich auch schnell empfehlen wie geht das? wie geht das? rechte Maustaste und Madden hat eine Empfehlung gekriegt echt, das war sehr, sehr geil ja, meine lieben Freunde das war eine erst sehr überhebliche Runde dann, oh scheiße wir kriegen doch auf die Fresse und dann, naja, läuft doch ähm, Runde Cash ich hoffe ihr hattet Spaß äh, super Leistung von Madden muss man wirklich mal sagen haut rein und bis dann tschau 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 tschau